Berlin Bald ist es soweit. Am 23. November flimmert das neue Spielfilmspecial von Gute Zeiten. Schlechte Zeiten, das die Zuschauer nach Paris entführen wird, über die TV-Bildschirme. Als Hauptfiguren werden Emily, Laura und John mit von der Partie sein und die Darsteller, Anne Menden, 38, Chrysensi Kavasi, 34, und Felix von Jahrhauf, 41, sind von den Dreharbeiten in der Stadt der Liebe hellauf begeistert. Es ist unglaublich aufregend, auch die Drehabläufe sind ganz anders. Man kommt tatsächlich gar nicht so richtig hinterher, erklärt Menden in einem RTL-Interview. Man sei auf der einen Seite natürlich total konzentriert dabei und versuche noch mehr zu geben, als sonst. Auf der anderen Seite ist man die ganze Zeit abgelenkt, weil diese Stadt einfach wirklich, wirklich wunderschön ist, schwärmt die 38-Jährige. Auch von Jahrhauf ist hin und weg von der französischen Hauptstadt. Es ist einfach ein ganz, ganz anderer Flair, hier zu sein. Allein die Umgebung hier, das ist natürlich sehr schön. Emily lässt sich in Paris auf einen gefährlichen Flirt. Ein gut drei Wochen vor der Ausstrahlung hat RTL jetzt das offizielle Kampagnen-Motiv lanciert, das die drei Hauptcharaktere von Geldscheinen umweht zeigt. Bislang ist bekannt, dass sich Laura und John auf Hochzeitsreise nach Paris begeben, wobei sie auch einen geheimen Plan verfolgt, der einen mysteriösen Koffer beinhaltet. Als dieser verloren geht, muss sie John um Hilfe bitten, was ihre Liebe auf eine echte Zerreißprobe stellt. Emily steht derweil der Durchbruch im Mode-Business bevor. Trotz ihrer nach wie vor schmerzhaften Trennung von Sascha begibt sie sich für ihren großen Auftritt bei einer angesagten Fashion-Show in die Mode-Metropole. Hier lässt sie sich aber auch auf einen Flirt ein, der alles auf den Kopf stellt und dafür sorgt, dass sie in sehr großer Gefahr schweben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017